Willkommen zur Atempause der täglichen Online-Bibelese-Anlacht mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden. Wir sehen hier einen Ruderer, der sich richtig anstrengt, dass es vorangeht. Und so wollen wir uns heute fragen in der Atempause im großen Netzwerk der Glaubensimpulse, Rudern oder Segel setzen. Der Text der ökumenischen Bibellese ist das Pfingstereignis Apostelschichte 2, 1 bis 13, heute am Mittwoch, den 17. Mai. Und ich bin gespannt, zu welchem Ergebnis wir kommen angesichts der Pfingstgeschichte. Rudern oder Segel setzen. Apostelschichte 2, Vers 1. Und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Behören wir sie denn, ein jeder in seiner Muttersprache? Parter und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäer und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia. Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen. Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Das Pfingstereignis ist von Joel schon viele Jahrhunderte vorhergesagt worden im Joel-Buch Kapitel 3 und es erfüllt sich jetzt hier am Pfingsttag. Jesus, der auch verstanden ist, den Jungen erschienen, er hat sie 40 Tage gelehrt. Er ist gen Himmel gefahren, dann sollten sie warten auf die Verheißung des Heiligen Geistes. Sie haben gebetet miteinander und auf die Ausgießung des Heiligen Geistes gewartet und dann kam sie. Man kann sich fragen, ob das hier ein Sprachwunder oder ein Hörwunder ist oder beides. Denn es ist ja schon sensationell, dass Leute aus völlig anderem Sprachhintergrund die Jünger aus Galiläa in ihrer Heimatsprache, in ihrer Muttersprache verstehen. Wie ist sowas überhaupt möglich? Das ist eine interessante Frage, die uns sehr viel Aufschluss gibt über das Wirken des Heiligen Geistes im Leben der Christen. Wir lesen in Vers 4 Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Das, was wir hier lesen, ist die Gabe der Glossalalie oder auch des Sprachengebetes, des Geschenkes in Sprachen, in anderen Sprachen zu reden, inspiriert vom Heiligen Geist. Diese Gabe des Heiligen Geistes gibt es auch heute noch. Nicht alle Christen empfangen diese Gabe, das ist ein Märchen. Aber viele, die sich danach ausstrecken und darum bitten, erfahren sie auch. Und man muss kein Pfingstler oder Charismatiker sein, um auch diese Gabe des Heiligen Geistes, das ist ja eine von etwa 30, die das Neue Testament kennt, auch heute zu empfangen und auch heute zu praktizieren. Das ist für den einen oder anderen ungewöhnlich, weil man im näheren Umfeld vielleicht niemand hat, der in Sprachen spricht oder in Sprachen betet. Aber in der Weltchristenheit ist das gar nicht so selten. Und die, die diese Gabe geschenkt bekommen, sollen sie von Herzen ausüben zum Lob Gottes und so in einer nicht bekannten Sprache zum Beispiel Gott loben, zum Beispiel beten, zum Beispiel auch prophetisch reden, wenn denn der Geist Gottes einem einmal eingibt, in anderen Sprachen prophetisch zu reden, weil dann jemand anders da ist, der die Gabe der Auslegung hat und so ein prophetisches Wort für einen Menschen oder eine Situation oder eine Gemeinde oder was auch immer zum Zug kommen kann. Diese Gabe des Sprachengebetes, die Gabe der Glossalalie, wird hier zum ersten Mal angewandt, zum ersten Mal erwähnt im Neuen Testament zu Pfingsten. Und das Wesensmäßig hochinteressante daran ist, und das weiß jeder, der die Gabe des Sprachengebetes empfangen hat, das Wesentliche dabei ist, dass man die Kontrolle abgibt. Wenn ich in einer Sprache spreche, wie jetzt meiner Muttersprache, Deutsch, dann kontrolliere ich meine Gedanken, ich kontrolliere meine Zunge, meine Stimmbänder, meinen Willen und ich spreche jetzt das aus, was ich jetzt aussprechen will. Wenn man in einer gottgegebenen, vom Heiligen Geist inspirierten Gebetssprache spricht, dann muss man diese Art von Kontrolle des Sprachzentrums aufgeben und einfach den Heiligen Geist wirken lassen, der durch Inspiration das Sprachzentrum übernimmt und einem hilft, dass man plötzlich in einer Sprache sprechen kann, die man gar nicht gelernt hat. Das ist was sehr Ungewöhnliches, aber auch das gibt es heute und das ist auch meine eigene Erfahrung. Also das Wesentliche am Wirken des Heiligen Geistes, zum Beispiel beim Sprachengebet ist, dass man die Kontrolle loslässt, dass man sich fallen lässt in das Wirken des Heiligen Geistes, dass man gelassen ist, dass man nicht ängstlich ist, dass man nicht die Kontrolle behalten will, dass man nicht alles bestimmen muss, sondern dass man sich dem Wirken des Heiligen Geistes vertrauensvoll überlässt. Das ist ein Sinnbild für jedes Wirken des Heiligen Geistes. Wir haben ja gesagt, wollen wir rudern oder Segel setzen. Alles christliche Leben, aller christlicher Dienst lebt davon, dass wir ihn nicht in unserer eigenen Kraft vollziehen, dass wir nicht glauben, dass wir es reißen müssen, dass wir uns nicht verhalten wie Leute, die eine Gabe bekommen haben und eine Aufgabe und der Auftraggeber verschwindet und wir haben jetzt gefälligst zu gucken, wie wir das bewerkstelligen. So ist christlicher Dienst, Arbeiten für Gott, Arbeiten im Namen Gottes für Menschen nicht gemeint und nicht gedacht, sondern deswegen hat es Pfingsten gegeben. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, hatte ja Jesus gesagt in Apostelschichte 1, Vers 8. Das heißt, der Heilige Geist ist der, der uns befähigt, die Aufgaben auszuführen, die uns Gott gibt. Es geht also nicht nur um Begabung und Aufgabe, sondern auch Bevollmächtigung zum Ausführen. Und das will der Heilige Geist schenken. Also wenn jemand rudert und rudert und rudert, dann hat er mit hohem Widerstand zu kämpfen, vielleicht mit Gegenwind und er muss sich unendlich anstrengen, damit er langsam vorankommt auf dem Wasser. Das würde ich vergleichen mit jemand, der für Gott arbeitet, für die Menschen im Namen Jesu arbeitet, im Vertrauen auf sich selber und seine eigene Kraft. Und dann gibt es diejenigen, die ein Segelboot haben. Da muss man auch drauf arbeiten. Da kann man sich nicht hinlegen und schlafen und das Boot fährt schon von alleine. Nein, nein. Aber es ist ein ganz anderes Arbeiten. Es geht nämlich immer darum, die Segel jetzt so zu setzen, dass der Wind in sie hineinbläst und dass das Boot mit weniger Anstrengung viel schneller vorankommt. Der Wind ist auch ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Der Hauch, der Wind, der Geist weht, wo er will. Das ist auch ein Sinnbild für den Heiligen Geist Gottes, der Wind. Und es geht in unserem christlichen Leben darum, wenn wir von Pfingsten her kommen, dass wir die Segel setzen und nicht wie die Bekloppten rudern und rudern und rudern. Es geht schon darum, dass wir uns an der richtigen Seite aus dem Boot hängen, schon darum, dass wir das Segel richtig setzen, dass wir das Ruder richtig steuern und so weiter und so weiter. Keine Frage. Gott braucht uns in seinem Dienst, aber nicht im Vertrauen auf uns selbst, sondern im Vertrauen auf sein Wirken, auf das Wirken des Heiligen Geistes. Und das haben zum Beispiel die Jünger zu Pfingsten mit dem Sprachengebet ganz überschwänglich erfahren, dass plötzlich der Geist Gottes zu Leuten gepredigt hat, deren Sprache sie nicht mal konnten. Und sie brauchten sich nur dem Wirken des Geistes Gottes überlassen und schon ging es. Und diese Gelassenheit, dass wir das, was wir an Aufgaben haben, in Kirche und Gemeinde, in der Welt, im Namen Jesu, an den Menschen, in der Kraft Gottes, dass wir all diese Aufgaben nicht im falschen Selbstvertrauen und Vertrauen auf unsere Leistungsfähigkeit ausüben, sondern in dieser ganz großen Gelassenheit. Der Geist Gottes wirkt und ich lasse mich von ihm führen. Ich lasse mich von ihm leiten. Ich vertraue ihm. Ich muss es nicht reißen. Gott wird es reißen und ich darf dabei sein. Wer sich darin einübt und immer wieder so betet, der erlebt immer wieder Neu-Pfingsten. Nämlich, dass Gott unsere fünf Brote und zwei Fische nimmt, wie wir die Geschichte ja kennen. Und daraus eine wunderbare Fisch- und Brotvermehrung macht. Und wir nur staunen können, wie das denn möglich geworden ist. Das geschieht, wenn der Heilige Geist wirkt und wenn wir uns auf ihn verlassen und deswegen gelassen Segel setzen. Herr Jesus Christus, so bete ich dich, dass du uns hilfst, dass wir nicht im falschen Selbstvertrauen auf unsere Ruderkräfte für dich leben und für die Menschen. Sondern, dass du uns hilfst, dass wir im Vertrauen auf das Wirken deines Heiligen Geistes, im Vertrauen auf die Wirksamkeit vom Gebet, im Vertrauen, dass du ja versprochen hast, da zu sein und uns zu gebrauchen, dass wir in diesem Vertrauen ganz gelassen und zuversichtlich sein können, uns einsetzen mit ganzer Kraft, aber nicht im Vertrauen auf unsere Kraft, sondern auf deine. Und so bete ich dich, Herr, dass du uns hilfst, wo wir uns verirrt haben, wo wir glauben, wir müssten ohne dich für dich arbeiten, dass du uns zurückrufst zu Pfingsten und dass wir lernen, immer wieder neu zu beten. Herr, erfülle mich mit deinem Geist. Herr, lass nun deinen Geist wirken durch das, was ich tue, in deinem Auftrag, damit geschehen kann, was du willst. Und so bitte ich dich, dass du uns erlöst aus aller Verkrampfung, aus allem Leistungsdruck, aus allem, wo wir glauben, wir müssten das Entscheidende bringen. Bitte hilf uns, Herr, dass wir vertrauensvolle, gelassene Christen werden, die das tun, was du ihnen aufträgst, in dem Vertrauen, dass du selber es bist, der darin wirkt. Darum bitte ich dich, Herr, auch für heute. Amen. Ja, Rudern oder Segelsetzen. Ich glaube, wir haben verstanden, dass das Segelsetzen die geistliche Alternative ist. Und das darf auch heute so sein. Vielleicht kannst du jetzt im persönlichen Gebet die Anliegen zu Gott bringen, wo dir diese Gelassenheit fehlt. Und dass du einfach ihn bittest, durch seinen Geist zu wirken, in dir und durch dich. Und dass so eine ganz neue Gelassenheit und neues Vertrauen in dich hineinkommt. Und du ganz anders die Kontrolle loslassen kannst. So wie damals die Jünger das zu Pfingsten gelernt haben. In diesem Sinne wünsche ich dir einen Tag, wo du die Segel setzt. Vielleicht nicht nur diesen Tag, sondern hoffentlich für den Rest deines Lebens. Und dass du erlebst, wie der Wind dein Lebensschiff vorantreibt, dahin, wo Gott dich haben will. Gott segne dich, Gott behüte dich. Und ich freue mich auf morgen, wenn wir Fortsetzung machen mit der nächsten Atempause im Netzwerk der Glaubensimpulse mit der ökumenischen Bibellese, die uns zur Zeit durch die Apostelgeschichte führt. Bis dahin!